Wenn Sie jetzt auf den Pointer schauen, was spüren Sie jetzt körperlich? Wenn ich es in einem Wort beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich Freiheit, Erleichterung. Also ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr mit diesem bedrückenden, dieses bedrückende Gefühl ist weg, also Freiheit, ja. Okay, Freiheit, also das Körperliche ist, der Druck ist weg und das Emotionale wäre Freiheit? Ja, das würde sehr gut passen, sehr, sehr gut. Was haben Sie denn vor, wenn Sie sich so frei fühlen, mit dem Gefühl jetzt so quasi anzustellen? Ich würde wahnsinnig gern wieder tanzen gehen. Okay, wäre das eine Idee? Wieder tanzen gehen? Würde das gehen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das würde auf jeden Fall wieder gehen. Okay. Glaube ich, glaube ich schon. Wir werden es ausprobieren. Auf jeden Fall ausprobieren. Okay, das heißt, ich brauche Sie gar nicht mehr animieren. Sie probieren das aus. Ja, ja, das haben Sie schon gemacht, ja. Okay, na dann freue ich mich. Dann kann ich Ihnen irgendwie mal sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tanz durchs Leben. Danke vielmals. Ja, nein.